Ist er die Wiedergeburt eines Serienkillers? Geheimnisvoll, hypnotisch, tödlich. Der Kerl wird von Mal zu Mal kreativer, könnte man annehmen. Ein Ex-Polizist mit hypnotischen Fähigkeiten. Was wurden Sie von so einem unbegabten Hypnotiseur wie mir? Die Guten arbeiten nicht mit Reinkarnation. Ich will Peter George sein. Walken denkt, er sei die Reinkarnation von Jax Rippen. Kannst du uns vielleicht mal erklären, wo du gewesen bist, als diese Morde geschahen? Ich hab ihn letztens hypnotisiert und er hat einen Mord beschrieben. Vor 15 Jahren war er Arzt und verlor seine Zulassung, weil er Gesunde operierte. Er floh aus einer Nervenheilanstelle? Woher sollte ich sonst von den Opfern wissen? Das ist eine gute Frage, Mike. Woher solltest du sonst wissen, wo die versteckten Körperteile waren? Abgrundtiefe Spannung. Das Böse stirbt nie. Die Polizei untersucht einen weiteren Mord, der eventuell auch auf sein Konto geht.